hallo und herzlich willkommen zurück so nachgucken was wir gekriegt haben und neuen helm wie viele männer 12 von 12 ok was haben wir denn da für den helm ausweichen diese einheit erhält fünf prozent auf kritische treffer ach wird verwendet ok den haben wir den haben wir neu diese einheit erhält einen bonus von 20 prozent auf kritischen trefferschaden das ist ja quasi der gleiche und kriegt aber sachschnell verfügbar die einheit schaden durch einen schuss verursacht erhält die heilung durch ein Zipronin schaden wenn diese einheit einen gegner tötet wird die abklingszeit ihrer fähigkeit um einzug verkürzt das hört sich doch gut an kritischer schaden 250 und die einheit schaden durch einen schuss was wenn diese einheit schaden durch einen schuss verursacht erhält die heilung in höhe wenn diese einheit einen gegner tötet ok so nehmen wir mal ne das war er ne der trifft ja nie aus irgendeinem grund ausweichen 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 über den ja kritische treffer chance schafft patrouille der feuerschutz dieser einheit verursacht 30 prozent plus 30 prozent schaden diese einheit lädt automatisch nach solange sie feuerschutz gibt auch geil aber geht die kritische trefferschance runter diese einheit verursacht mit feuerschutz plus 20 prozent schaden auch nicht so geil die alte hatte schon einen helmen aber stimmt die hatte schon einen nimm mir hier fortschrittlich machen wir das so das ist ein gehertet erhält plus 10 maxi er braucht ihn nicht haben wir denn für den hier er hat schon helme auf sehr gut der noch nicht wird verwendet und ist klar machen wir einfach mal weiter schmugglerware setzt keine splitter oder stimmgranaten ein ich schimpfe schon wieder so eine rettungsmission ja das ist jetzt die frage wen nehmen wir mit ich glaube das ist eine gute idee wir haben unseren letzten ausreißer lokalisiert könnte sich mehr auszahlen als gedacht laut unserer infos sind sie teil einer locust frachtlieferung befreit sie und sucht nach allem was wir gegen ucon verwenden können gar kein problem die maden haben zwei gefangene ein von uns und einen der glück hat brecht die folter kapseln schnell auf und sucht nach hinweisen abmarsch alles klar wir sind dran ach so das ist hier die drohne ja ups die vor auf position das hat sich gelohnt da ist auch noch eine kiste ja die kommen wir später holen schon wieder diese 15 zug scheiße dass diese kacke immer auf Zeit geht oder so das ist echt nervig mal sehen was sie zu bieten haben diese fracht muss uns irgendwas nützliches über ucon verraten sucht weiter sind dran da ist unsere kapsel da neben mir ist es das wofür ich es halte für eine kapsel wovon redet der ach so der hat nur noch einen Punkt alles klar von der freie die stellung leute wir sind dran noch kann drücker aus locus einheiten gesichtet feuer frei das gerne jetzt und der kann agger ein ja 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 Alter, Ausschau! Geht klar! Oh, scheiße! Ich hab vergessen zu tarnen. Was kommt dabei raus, wenn man nicht auffallen ist? Und nochmal. Genau, wenn ich mitgehen. Überwache die Umgebung. Man sieht sich, Jack! Tschau, Jack! Ich bin bereit! Die Leute in den Kapseln machen's nicht mehr lange! Beeilung! Ja, ich beeil mich doch. Ich bin bereit! 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 Gott! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Was kommt jetzt? Geil! Geil! Eine Theron-Wache! Vorsichtig! Die ist cleverer als eine Durchschnittsmale! Der Arkon-Bogen ist nicht ohne! Bin dran! Los, hol ihn dir! Geil! Tot! Oh Mann! Okay! Okay! Mach's, die hier oben sind! Mach trotzdem mal Feuerschutz, vorsichtshalber! Sichere mir ein Schussfeld! Auf dem Weg! Low Forest! Achtung! Hoch ist voraus! Dann starten wir mal die Show! Äh, hier runter! Und dann einmal tarnen, bitte! Folterkapsel in Sicht! Öffnet sie so schnell wie möglich! Hol dir keinen Ager ein, Jack! Sichere mir ein Schussfeld! Ach so, der ist hier so kampfenfähig! Verstanden! Ich hör zu! Ah, oder kriegen wir das hin? Komm doch, Magen! Und bleib losliegen! Alter Ausschau! Ja! Buter, kid! Wir sind unterwegs! Nun? Wir sehen uns, Jack! ! W-u-u-u! W-u-u! Glühel, w-u! So,! FFBing! Ja, war ja klar. Oh, scheiße, den hatte ich. Oh, fuck. Befehle? Überwache die Umgebung. Schussfeld festgelegt. Ich meine, wie hier passiert? Ja, klar. Oh je, ob wir das hinkriegen? Der ist tot. Aber wenigstens haben wir derben Schaden. Ach, na klar. Nochmal so dreißig. Oh. 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 Ich komm schon, triff. Sehr gut. Ah, geil. Steher hier. Bereit. An mir kommt niemand vorbei. Will ich hoffen. Kriegst du den hin? Ja, komm nochmal. Boah, leck mich auf den Arsch. Zwei lebende. Kein Problem. Sie rücken vor. Sie rücken vor. Hat euch. Jawoll, sauber. Was? Hat man ja nicht auf Tarn? Was hat er? Achtung! Wenn der Theron dich markiert, greifen dich die Maden mit allem an, was sie haben. Ah. Wow. Ach. Nein, der darf nicht drauf gehen. Feind am Boden. Ich schaffe das. In Bewegung. Feuer bereit. Dann gibst du erstmal Feuerschutz. Schussfeld festgelegt. Hinrichten. So, den. Als erster töten, als letzter sterben. Und bleib losliegen. Ach, schafft er nicht. Okay. Melde mich zum Dienst. Du legst auch nach. Und was machen wir mit dir? Du hast jetzt noch drei Punkte. Tod und weg. Hm. Ja. Der hat mal so viele Punkte. Na komm. Ich bin bereit. Bereit machen. Etwas nähert sich. Scheiße. So. 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 Ich brauche hier mal Hilfe! Diesen Assi! Hör auf damit! Eine tote Made! Unterwegs! Waffenexperte meldet sich! Helft mir doch! Ich kann noch kämpfen! Hab das Ziel im Blick! Wo wäre er hier? Muss ich überhaupt hin und da hin? Verstanden! Extrahierungszone in Sicht! Bewegung! So! Mal Hauch für den Kollegen! Scheiße, ja! Und einmal verschwinden! Scheiße! Ja, tippt durch! Scheiße! Verpiss dich! Ach, nun weiß ich! Das ist mein Visier verstellt! Ja, frage ich mich auch! Bin unterwegs! Oh, mal schnell ab, bitte! Oh, hier waren wir noch so ein... Ja, hier! Darf ein Experte auf Standby! Aha! Kriegst du den? Du musst bald nachladen! Komm, den? Nein, dich will ich nicht... Hey, ich war doch geschahnt! Munition war nicht knapp! Verstanden! Bleiben in Alarmbereitschaft! So, da hin! Und da hin! Ja! 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 Sie haben mich vertrieben! Fick dich! Fack dich! Schweige! Zeit zum Handeln! Yep. Schön dran. Barriere. Knoll mit Damara. Du schlägst dich gut, Jack. Was jetzt so clever ist, was ich hier mache, weiß ich auch nicht. 10 Prozent. Bin dran. Yeah. Bin unterwegs. Na komm, ich bin bereit. Na komm, ich bin bereit. Na kommen sie! Keine Sau trifft. Scheiße. Die Maden haben mich vertrieben! Ich seh sie. Unterbrochen. Keine Position! Du bist Geschichte! Nein, du. Bleib ihr in Alarmbereitschaft. Nein, du. Du sollst jetzt einfach da sein. Bin unterwegs. Schätze, ich sollte dir fürs Rennen danken. Wenn wir herausfinden, was in dem Kanister ist, ist das vielleicht der Schlüssel, um Ukon zu besiegen. Nein, du. Ja. Scheiße. Du sollst hier. Ich hab mir jetzt hier angerufen. Du sollst hier sein. Du bist hier. Ucon hat dieses Zeug eingeatmet. Was ist es? Nimm den Zug, Dias, dann erschieße ich dich. Als Experiment. Mein Vascari ist eingerostet. Eigentum des Nedroma Gesundheitsinstituts. Ein verdammt dicker Fang. Dann ran an den Fang. Aha. Gesundheitsinstitut. Hey, einer befördert. Sehr gut. Conway-Upgrade freigeschaltet. Okay, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.